Musik 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 Und sogar angeln Elektronische Bauteile? Wie viele? Fünf Level, okay. Scheint, als müssten wir es diesmal selber schaffen. Ich werde deiner Mutter helfen. Ja. Danke, Cody. Wenn wir es gut pflegen, bin ich sicher, dass auch unser Auto für lange Reisen geeignet ist. Ja, Zeichenende, Ende. Ich brauche Reste. Okay. Das ist ja schon mal ganz witzig, weil wir werden uns jetzt mal nach draußen begeben. Zur Straße. Guck mal, da abgeht. Hier sieht alles anders aus. Ach, keine Zeit für Sentimentalitäten. Lass uns sehen, ob es hier in der Nähe Werkzeuge gibt, um eine Hintertür öffnen zu können. Hoffentlich gibt es noch lebende Nachbarn. Wir können echt seine Hand halten. Oh, dreckigen Pfosten gerannt mit Cody. Cody, verschiedene Befehle zu geben. Ach du Scheiße. Ich muss ihn wahrscheinlich auch in Deckung schicken und sowas, ne? Auch ein Brecheisen. Holz. Ich will ja mal draufklicken. Sorry. Das habe ich irgendwann drin. Cody, Verschritte. Warst du das? Ja, war Cody. Okay. Okay. Da habe ich so einen Krach. Oh. Ach komm, mal weg. Okay, ich kann es nicht... aufnehmen. Kamera drehen geht nicht. Oh, die Krähe hört sich krass an. Mehr Reste? Oh, da haben wir auch noch was. Müssen wir auch noch mal gleich gucken. Cody, Augen zuhalten. Okay. Ich habe eine Stimme. So, wie gebe ich denn dem Befehle? Okay. Okay. Das ist doch irgendwie was mit Steuerrad, oder nicht? Diese Leute, sind sie etwa alle? Schatz, ich weiß, das ist grausam. Ich wünschte, du hättest das nicht gesehen. Was ist das? Claudia WB. Ich hoffe, du bist satt geworden. Wie geht's dir? Dieser Mann hat tatsächlich einen Dietrich in der Hand. Wofür ist das gut? Wenn man keinen Schlüssel hat, kann man damit Schlösser öffnen. Mit ihm könnten wir in den Hinterhof gelangen. Können das ausprobieren. Das sollte eigentlich nicht in solchen tragischen Welt sein. Ja. Armer Junge. Oh, ja komm, Krach machen. Jetzt hört sich das eher wie ein Zombie an, ne? Zeitung ist mir jetzt relativ egal. Elfen? Okay, da ist noch jemand Lebendes im Haus. Komm, Cody, gibt Gummi. Wir bauen uns erst mal eine Waffe. Hast du Hunger oder Durst? Na, das ist, glaube ich, eher Hunger, ne? Oh, warte mal. Mal kurz warten. Unterrichte Cody. Komm. Also, ich fälle den Baum mit meiner eigenen Hand. Sehr gut. Starke Frau. Stärke, okay. Komm, Cody. Wir gehen nochmal rein. Sehr gut. Auch soweit, Claudia. Auch soweit. Ah, okay. Wir als Standardmaterial dafür benötigen. Heute war nur ein bisschen anstrengend, aber sonst geht's gut. So, ne, warte mal, da steht die Werkbank war unten, ne? Kann ich hier wieder etwas Neues looten? Ah, ne, das war die... Ach, hier speichere ich dran, okay. Oh, war das laut. Ich speichere nicht oft mehr. Ach, komm mal her, Cody. Da eigentlich auf den Rucksack. So, hat er gegessen. Eine Brechstange. Werkzeug zweihändige Waffe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den kleinen Messer geben soll. Ach so, äh, ja, ne. War das überhaupt ein Messer? Hallo da. Ein Dolch, okay. Hallo, Alpha Strauss. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Passt du mir noch ein Basie hier? Wenn ich nachher nur mit einer Waffe da stehen. Aber ich will doch gar nicht mit dem Fahrzeug fahren. Noch nicht. Oh, ich hab... Oh, ich hab Weltkarte gedrückt. Ich depp. Okay. Könnte besser sein. Was ist los? Ist ja gar nicht gut an. Klack mal kurz den Kopf. Er möchte das lernen, aber... Kann ich ihm das beibringen? Okay, ich denke mal, da vorne war die Zombie-Zone. Weil hier hältst du auch keine Waffe in der Hand. Da ist ein Schatten. Komm, 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 weg da. Ja. Ja, toll, so sortieren. Ich bring mir das hin. Okay, das sieht schon mal interessant aus. Okay, das sieht schon mal interessant aus. Aber ich würde jetzt gerne die Waffe da unten reinpacken. Ah, okay. Das ist ja nur gleich rausfinden, wie wir den Klähen irgendwie... ...irgendwo hinschicken können. Stress-Schrei. Okay. Okay, die Mapper haben wir auch schon mal gefunden. Mary, bist du das? Bist du Tante Ending? Das ist wirklich großartig. Oh, aber nicht nett, Alphastraß. Aber dann war es das auch nicht wert, glaub mir. Auch so leid, wie du jetzt tut, ne? Aber das ist ja nicht das Richtige, glaub ich. Mama, das ist wirklich Mary. Mary, ich bin Cody. Bist du Cody? Es fühlt sich so gut an, deine Stimme zu hören. Ich habe schon lange keine vertraute Stimme mehr gehört. Mama, lass uns mit Mary zusammenleben. Danke, Cody. Aber ich möchte immer noch zu... Ich möchte immer noch zu Hause auf Papa und Mama warten. Mary, sind deine Eltern nicht zu Hause? Papa hat früher in der Mine außerhalb von zwölf Kilometer gearbeitet. Mama ist gegangen, um mich zu suchen. Sie hat mich gebeten, auf ihre Rückkehr zu warten. Mary, was etwas von uns? Zu Hause haben wir noch etwas zu essen, aber es gibt kein Wasser mehr. Könnt ihr mir etwas Wasser geben? Also, ach da, gib Wasser. Easy. Aber jetzt nicht alles, oder? Mary, dieses Wasser ist für dich. Danke, Cody. Habt ihr genug Wasser übrig? Mach dir keine Sorgen. Ich kann meiner Mutter bei der Suche nach Vorräten helfen. und ich kann auch dir helfen, Vorräte zu finden. Cody ist wirklich zuverlässig. Hier sind einige Tomatensamen für dich. Danke, Mary. Ich werde wieder vorbeikommen, dich zu besuchen. Ach, zwei leere Wasserflaschen. Nice. Tomatensamen. Mary möchte, dass du dich regelmäßig besuchst. Warum auch nicht? Kostenloser Lieferservice hier, ne? Okay. Quatsch dir auf einmal los hier. Oh, da liegt was. Cody geht immer weg. Oder auch nicht. Okay, geduckten Zustand nicht. Okay.